UNTERTITELUNG Sima'a Abu Dujana, Simaq ibn Kharrasah hat das Überleben, war aber übersät von Verletzungen. Dann hat er das Ganze überlebt und hat auch die Khilafa von Abu Bakr miterlebt und ist in der Schlacht von Al-Yamama verstorben. Al-Yamama war diese Schlacht mit dem Murtad-Dun in der Zeit von Abu Bakr.